So, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play, Paper Mario soll ich den letzten Part ein bisschen leiser geredet haben Leider hatten ich gerade was im Bad los, deswegen konnte ich da nicht laut reden, tut mir leid, aber Hey, jetzt kann ich wieder und ja, wir gehen jetzt da rein und dieser Part war ein bisschen kürzer, ich werde 50 Minuten halten, länger will ich nicht machen So Ah, ich habe eine Idee Hepp Schon auf der anderen Seite Oh, nee Jetzt gibt es Ärger Da mal los Und mit Legs geht's ab Oh, nein Mit Himmelskurs gleich erstmal wieder auf Dann würde ich einen Hammer-Schlag ausführen Nichts tun Nicht geschafft Bäm Nichts tun Oh, nee Ich werde total hier zu Tode geboxt Ich habe zwei Methoden, mit der ich mich ja, ihr wisst schon, die Sterbeleistung aufladen kann, aber machen wir diesmal, nee Ja, ey, da ist doch einer Wie kommt man da ran Oh, nee, da ist doch einer Ich bin ein echte Koopa, aber ich bin ein echte Koopa, aber du weißt es natürlich nicht, weil alle Jungen Ich bin ein echte Koopa, aber ich bin ein echte Koopa, niemand sieht so aus wie ich Oh, komm schon, ich bin Koopa, ich meine ist doch lächerlich Ich bin ein echte Koopa, selbst, glaubst du doch, oder? Ich bin ein echte Koopa, da besteht doch gar kein Zweifel, oder? Aber doch Oh, geil, der kommt am besten, du ziehst mich sogar Eine andere, jetzt bitte rüber Ist ja eine gute Idee Ey, Bruder, verhaust die alle außer mir, okay? Hau ab Noch ein Schwuli Du bist so dumm, hau ab Wo ich auch so oft gesagt, dass ich der ich Koopa bin Ja, ja, guck mal, ich wusste, was ich schaffen Das waren die Städteverkleidungen, die ich jemals gesehen habe Hallo So was lollig ist, hab ich schon nie gesehen Da ist doch was Geh mal runter Sternensplitter, yes Hier kommen wir nicht weiter, hier brauchen wir wieder mal einen Gegner Vielleicht ganz gut, ein bisschen Speicherpunkt So haben wir das Okay Da kommen wir noch nicht da, wir brauchen zwei Schlüssel Da geht's lang Erstmal da rein Ich glaube, es hackt hier Ich glaube, es hackt hier Dann verstehe ich keinen Spaß mehr Durchgetacket haben wir ja So Das ist wie ein Rätsel, ein richtig böses Wenn wir raus, wie es geht Nee, können wir auch nicht lang Nee, können wir auch nicht lang Das wäre ein Hinweis geil Hau mal weg Hau mal weg Nein, war es nicht, was ist das dann Hau mal weg Hau mal weg Hau mal weg Hau mal weg Der Balli ist härter Was kommt jetzt Meine Herren Stay weg Ich werde ja auch dann beide alle ab Wieso ein kleines Mädchen Wie ich es halt mache Oder müssen Sie erst mal alleine sein Na gut, wenn ich sie euch einkillt soll Oder mache ich es einfach Was Stirb So läuft das doch hier Im echten Leben So läuft das doch hier im echten Leben So läuft das doch hier im echten Leben, ne Und wie Geld Tropfen die auch noch Nein Ich glaube, es war kackt, ey Okay Okay Wir haben einen Orden Was bringt es uns jetzt Damit können wir zwar die Verteidigung runterschalten Und den Angriff nochmal ein bisschen aufpowern Aber Wozu denn Das sind immer diese Überlegungen, die man machen muss Wenn man einen Ort anlegt Wozu braucht man den Ach Die Überlegungen muss man immer machen Immer, immer wieder das gleiche Ich werde mir bestimmt nicht anlegen Aber jetzt müssen wir sehen, was hier passiert ist Uuuuh Ich rieche da rein, Schlüssel Und ein Gegner Nicht mehr euer Ernst, oder? Mach Multi Ich habe meine letzten Bruderpunkte aufgebaut Ins Bruderpunkte einfach mal Ey Ey Blue Book steckt es mir zu sehr an Ihr wisst schon Welche Titel Warum kann ich dich nicht sehen? Ich muss blind sein Ja Noch mehr auferpowern Soll das jetzt Wichtig sein soll, oder? Was zum Legt das Ding um Aber die Sterbpunkte Zoll steckt immer wieder Ein bisschen Jetzt schon bei 45 Und kriege mal wieder meine Unmenge an Geld Zugesteckt Mein letzter Superpilz Palast Palastschlüssel Was bringt er uns jetzt? Bringt er uns zum Boss Oder zu unserer Niederlage? Nein Ich werde den Syrup jetzt trinken Ich könnte zwar jetzt auch das kühne Heilung betreiben, aber Gerade keinen Bock dazu Aufs Kühne Heilung wieder zu betreiben Ist auch nicht gerne meine Lieblingsbeschäftigung Na dann Und Schloss ablegen Wir gehen jetzt mal hier rein Du kannst hier nicht vorbei Ohne ins Räste zu lösen Sobald du es geschafft hast Lass mit dich weiter Ah Kapiert Wir sollen die bewegen Wie geht's Sobald Wie geht's Was ist Was ist Bild Wie geht's Was ist So Ich glaube hier ist ne Sobald ich es geschafft habe, lass mich nicht weiter Dann gib mir ein Licht auf So, geht das Rätsel Du guck, redest mit dem? So, jetzt haben wir es langsam raus, das Rätsel Nein Nummer 1 Danke, dass du es gewendet hast Jetzt haben wir es doch gelöst, das ist doch böse Muss das mal da drauf kommen Der Kristallkönig scheint hier echt gute Rätsel zu bauen Um uns hier richtig nochmal richtig auszunehmen Und ich habe das Gefühl, der Basskampf steht mir vor Deswegen wäre ich auch gleich in der Part-Band Das wollte ich sowieso, aber So, ich glaube, ich hätte nicht gedacht, dass es kommt Auf jeden Fall hier war es jetzt für diesen Part Im nächsten Mal erzählen wir, was uns da war Der Boss bestimmt Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt den Kommentar Vergiss es, wer tut nicht Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Also Bis dann, Leute